Hallo und willkommen zu Dead by Daylight, mein Name ist Felix und ich erkläre euch heute ein Anfängerperkbild für den Doktor. Diese Anfängerperkbilds zeichnen aus, dass ich keine lehrbaren Perks anderer Killer verwende, sondern nur die Doktor eigenen Perks und die frei lehrbaren Perks verwende. Der Perkbild besteht aus den Perks Überladen, Schlampiger Schlachter, Geflüster und Niemand entrinnt dem Tod. Und nutzt die beiden Addons Glänzende Elektrode und Disziplin Klasse 2. Wer Perks und Addons schon kennt, kann jetzt hier zur Zeitmarke springen und direkt ins Gameplay schauen. Aber ich will jetzt erstmal Perks und Addons erklären. Das allererste Perk Überladen ist eins der Doktor eigenen Perks. Dieses Perk hat den Effekt, dass wenn ihr gegen einen Generator tretet und ein Überlebender diesen Generator wieder anfasst, dann bekommt der Überlebende einen schwierigen Fähigkeitscheck. Und wenn der Überlebende diesen Fähigkeitscheck verhaut, dann geht der Generator um zusätzlich 5% zurück. Das heißt 5% durch den normalen Rückgang und nochmal 5% durch den speziellen Rückgang. Ehrlich gesagt, Überladen ist ein Perk, was auf hohem Rang gegen gute Überlebende nicht so oft funktioniert, weil man da die Skillchecks sehr leicht trifft. Im niedrigen Rangbereich allerdings haben alle so ein bisschen Probleme mit Skillchecks, darum ist Überladen da besonders stark und daher auch besonders empfehlenswert für euch als Doktor. Das zweite Perk ist das freilehrbare Perk Schlampiger Schlachter. Das Perk hat den Effekt, dass wenn ihr einen Überlebenden mit einem Grundangriff trefft, ihr die beiden Statuseffekte zerfleischt und Blutung bei dem Überlebenden auslöst. Zerfleischt sorgt dafür, dass Überlebende länger brauchen, um sich zu heilen oder geheilt zu werden und Blutung sorgt dafür, dass Überlebende mehr Blutspuren hinterlassen, was euch vielleicht hilft, die Überlebenden besser aufzuspüren. Uns interessiert besonders der Statuseffekt Zerfleischt, denn damit verlangsamt ihr die Überlebenden. Sie brauchen länger, um sich zu heilen und wenn sie sich nicht heilen wollen, könnt ihr sie leicht mit eurem statischen Blast aufspüren. Das dritte Perk ist das freilehrbare Perk Geflüster. Dieses Perk hat den Effekt, dass ihr im Grunde einen 32 Meter Radius um euch herum habt und wenn Überlebende in diesen Radius reinkommen, dann leuchtet das Perk auf und es gibt so Geflüstergeräusche. Das heißt, ihr könnt von Generator zu Generator gehen und merkt direkt, okay, das Perk leuchtet auf, das Perk leuchtet nicht auf und wenn es aufleuchtet, könnt ihr euer statisches Feld aktivieren und so direkt die exakte Position der Überlebenden bestimmen. Das heißt, ihr könnt Überlebende aufspüren, die sich verstecken und verschwendet niemals euer statisches Feld, was ziemlich gut ist. Als letztes habe ich mich für das Perk Fluch Niemand in Trinnt dem Tod entschieden. Das Perk hat den Effekt, dass wenn alle Generatoren repariert wurden oder die Falltür geschlossen wurde, dann wird ein zufälliges, nicht leuchtendes Totem zu einem leuchtenden Totem. Solange dieses Totem steht, könnt ihr Überlebende mit einem Schlag umhauen und ihr bewegt euch um 4% schneller fort. Das ist ein super mächtiges Perk, was mit Geflüster und mit eurem statischen Feld super gut synergiert. Denn Geflüster leuchtet, ihr aktiviert euer statisches Feld, findet Überlebende und haut sie mit einem Schlag um. Das einzige Problem ist, dass Niemand in Trinnt dem Tod erst am Ende triggert. Das heißt, ihr habt die ganze Runde lang nur 3 Perks und am Ende erst ein viertes Perk. Ihr könnt alternativ hierzu auch Perks wie Spionen des Schattens, Verbittertes Gemurmel oder Pirscher mitnehmen, die euch das ganze Spiel lang helfen und nicht erst am Ende. Ich dachte mir aber, Noet ist so gut, gerade auf dem Doktor mit dem Aufspüren und Geflüster, dass ich es einfach mitnehmen wollte. Also super mächtig. Ich habe mich außerdem für die beiden Addons glänzende Elektrode erst mal entschieden. Das hat einfach den Effekt, dass die Reichweite eurer Schocktherapie vergrößert wird. Damit könnt ihr einfach Überlebende besser treffen und an mehr Loops eure Schocktherapie einsetzen, um die Überlebenden so besser zu stunnen. Als zweites Addons, das Disziplin Klasse 2 Addon, das hat den Effekt, dass die Zündungsverzögerung eurer Schocktherapie verkürzt ist. Das heißt, ihr schockt und euer Schock trifft die Überlebenden ein bisschen schneller und ihr könnt sie so ein bisschen schneller stunnen und müsst nicht unbedingt immer ewig warten, bis der Stun auch die Überlebenden erreicht. Ihr könnt also mit diesen beiden Addons viel häufiger eure Schocktherapie gut einsetzen und das erleichtert das Ganze ein bisschen. Das Disziplin Klasse 2 Addon hat außerdem einen Nebeneffekt, nämlich dass Überlebende, während sie in der Jagd sind und in Wahnsinn 2 sind, einen roten Fleck hinter sich haben und in Terrorradios hören und in Stufe 3 ist das Ganze dauerhaft. Allerdings interessieren die Nebeneffekte uns hier weniger. Es geht hier vielmehr um die Zündungsverzögerung der Schocktherapie. Daher ist dieses Addon besonders interessant für uns. Ich habe übrigens eine Addon-Liste mit allen Addons des Doktors erstellt. Schaut dafür einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu dieser Übersicht. Da habe ich alle Addons aufgelistet und so bekommt ihr vielleicht auch nochmal einen ganz guten Eindruck, was der Doktor alles hat und was ihr vielleicht alles gut kombinieren könnt. Aber ich würde sagen, wie wir uns mit diesem Perk-Bild und diesen Addons schlagen, das sehen wir jetzt in der Runde. Ja, und da sind wir auch schon in der Runde auf dem Heiligtum des Zorns. Mit dem guten Doktor. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Das ist, glaube ich, eine relativ große Map. Ich werde als allererstes auf Geflüster schauen. Sobald das nämlich angeht, werde ich mein statisches Feld aktivieren. So, wir gehen jetzt hier hinten in die Ecke. Geflüster ist an. Da ist hier auf jeden Fall jemand. Drei Leute. Okay. Die laufen alle drei nach hier unten. Hallo, Clip-Dead. Oh, die hat einen Schlüssel in der Hand. Zack. So, wunderbar. Damit haben wir sozusagen die Abkühlzeit, die wir darauf hätten, dass wir unsere Waffe abschütteln. Haben wir jetzt damit sozusagen wettgemacht. Oh, und hier ist die Clip-Dead. Hallo. Habe ich dich. Hier trete ich nicht gegen, denn ich sehe hier im Busch habe ich einen Medikid gesehen von der Kate. Hier trete ich jetzt gegen. Pack damit Überladen drauf. Das heißt, die Leute müssen erstmal den Skillcheck treffen. Auf hohem Rang ist das ein bisschen ist das Perk nicht so gut, weil die überleben da weniger Probleme mit solchen Skillchecks haben. Aber ich glaube, gerade auf niedrigeren Rang oder wenn man vielleicht nicht allzu aufmerksam ist, dann ist das schon ziemlich nützlich. So, ich warte jetzt nur kurz, bis mein statisches Feld bereit ist. Jetzt. Und jetzt aktiviere ich es wieder. Da unten sind zwei Leute. Eine Person bei der Toolbox. Da kommt jemand. Einmal. Zack. Dort hinten läuft eine Mecklang, die auch zur Rettung gehen möchte oder zumindest in dieses Gebiet kommen will. Da unten weg. Ich bin auf der Palette gelandet, weil ich so einen langen Schlag gemacht habe und sie die Palette zu früh umgeworfen hat. Schöne Sache. Die andere Claudette wurde gerettet. Du kommst hier hinten an den Haken. In dem Gebiet hier hinten war hoffentlich noch niemand so wirklich. Da müssen sie zumindest erstmal einen großen Umweg gehen. So, danach gehe ich direkt hoch, packe dort Überladen drauf und gehe dann wieder in diese Ecke, um dann die Leute mit Geflüster und meinem statischen Feld aufzuspüren. So, eins, zwei. Der geht zurück. Die haben sich jetzt alle geheilt. Heißt für mich, dass sie hier noch irgendwo in der Nähe sind. Dort hinten haben wir sie. Da ist einmal die Kate gewesen und die Claudette und ich bin gerade irgendwie total blind. War hier nicht gerade eben noch eine Kate? Die ist irgendwie über alle Berge schon wieder, ne? Hallo, Kate. Sie ist schön wahnsinnig. Und sie ist nach hinten wieder zurück. Und wieder durch. Die andere Claudette wurde gerettet und auch schon geheilt. Schnelle Überlebende. Ich nutze meinen Schock, würde ich sagen, aber sie kam schon durch. Das ist der Hit. Okay, dort oben wurde der Überladen-Skillcheck verhauen. Dadurch hat es dort gekracht, denke ich mal. So. Und gut, das habe ich nicht. An dem Generator wurde gearbeitet, da die Kate hier direkt in einer Palette liegt. Genau. Ja, ich liebe diese Claudette erst mal weg und gebe ihr einen Hit. Wobei, vielleicht kicken wir die auch sogar so. Hallöchen, hat er neben. Nein. Wunderbar. So, gut, dann nehmen wir die direkt mit. Wir haben zwei Leute, die jetzt liegen, ne? Jetzt muss irgendjemand anders loskommen, die Kate aufheilen, dann vielleicht Claudette retten. Das kostet die Überlebenden alles Zeit. Zack, du hängst. Dann werde ich meinen Superschock hier aktivieren. Kate wurde schon gerettet. Dort seid ihr. Okay. Eins, zwei. Zack. Und du wurdest... Warum? Mit Seelenwächter wahrscheinlich. Hat wahrscheinlich Seelenwächter. Wurde vom Boden aufgeheilt. Und daher hatte sie... Wie viele Sekunden sind das? Vier? Sekunden, in denen sie sozusagen... ...Pflege einfach wegstecken kann. So, der Schock ging drauf. Dank des verlängerten Radiuses. Okay, hart umnehmen. Hatte sie vorher noch nicht gezündet. Zack. Jetzt habe ich dich. Okay. Sie haben Claudette gerettet. Und auch schon wieder vollgehalten. Die sind so schnell mit ihren Heilungen. Okay. Du kommst mit hier an den Haken. Dann gehe ich direkt wieder in die Mitte und pack dort überall Überladen drauf. Überladen und schlampiger Schlachter. Das sind gerade so meine einzigen Perks, um irgendwie die Generatoren zurückzuhalten. Beziehungsweise die Überlebenden zu beschäftigen. Der Gen ist sehr, sehr weit. Hier wurde dran gearbeitet. Ich werde mein Schockfeld jetzt schon aktivieren, um rettende Überlebende aufzuspüren. Genau, die sich vielleicht schon... Aufrettungsmission wagen wollten. Dort ganz hinten ist eine Mag. Hatten wir die schon mal? Ja. Zack. Okay, die hat auch ein Medikit. Kein Wunder, dass sie sich alle so schnell heilen. Wenn sie alle Medikits haben. Ich habe keine Ahnung, warum kracht das dort hinten so bei dem Gen? Ich packe hier mal ganz schnell wieder Überladen drauf. Und hier habe ich ja auch noch jemanden gesehen. Und zwar noch eine andere Kledett. Zack. Zack. Und du kommst da noch durch. Da ging nichts drauf. Boah, das ist hier ein reines Labyrinth, ne? Das ganze Ding. Ein totales Labyrinth. Ich durchblicke ja nichts mehr. Okay, dort hinten ist die Kledett. Dort oben wurde wieder ein Skillcheck verhauen. Okay, Überladen. Erfüllt seinen Job. Da, nur angetäuscht. Schön. Habe ich dich. So, der Gen geht noch zurück. Hier oben hatte ich gesehen, die Kledett. Zack. Hier packe ich auch nochmal Überladen drauf. Eins, zwei. So. Und sie läuft wieder in dieses Labyrinth dort, ne? Und hier wurde auch nochmal, hat es auch nochmal angefasst. Hinter mir kratzt es wieder. Die verhauen aber auch die Skillchecks von Überladen, ne? Hier tretet ich auch kaputt. Ich würde eigentlich die Kledett dort unten weiterjagen. Allerdings hat der Gen hier gerade so ein bisschen Prio. Geflüsters an. Das heißt, ich kann in Ruhe mein Zeug aktivieren. Ja, macht die Leute damit wahnsinnig. Sie hat hier wieder einen Skillcheck verhauen. Der Generator ist dank Überladen schon ziemlich gut zurück. Ja, da habe ich irgendwie die Länge des Steins unterschätzt, sage ich mal. Oh, der ging nicht mehr. Da kam sie noch drüber. Da war mein Schock nicht schnell genug. Den dort oben haben sie geschafft. Den nächsten auch. Ah, meine Schocks kommen ein bisschen zu spät durch, merke ich. Zack. Zwei Gens haben sie schon. Okay, komm mit hier an den Haken. Dann trete ich gegen den Generator. Zack. Dann ist es zum zweiten Mal. Ich glaube, ich müsste versuchen, die Kledett zu finden, die den Schlüssel hatte, die jetzt gerade geheilt wurde. Denn die ist, glaube ich, tot, wenn ich sie nochmal erwische. So, ich gehe jetzt ein ganzes Stück von der weg. Hier haben wir Kate. Zack. So, habe ich dich. Sie konnte nicht mehr umwerfen, weil sie geschockt wurde. Komm mit. Hier an den Haken. Dann haue ich dort wieder gegenüber mit Überladen. Dass der auch wieder zurückgeht. Und die da auch wieder die Skate-Shakes treffen müssen. Zack. Eins, zwei. Dann stelle ich mich jetzt hier in die Mitte. So. Muss ich gar nicht. Wollte gerade sagen, man aktiviert meinen Schockfeld. So. Hallo, Meg. Einmal. Du wirst retten. Falsch. Okay. Mitgliederzeit. So wie Kledett still steht. Und abwartet. Habe ich dich. Okay, jetzt musst du deinen Entscheidungsschlag raushauen. Kein Entscheidungsschlag. War ein bisschen fies, aber andererseits so krass, wie die Meg jetzt hier hergekommen ist. Und die arme Kledett gerettet hat. Während ich halt direkt vor ihr war. Ich hatte halt die Hoffnung, dass Kledett vielleicht den Entscheidungsschlag hat, dass der jetzt auch erstmal raus ist. So, zack. Meg hängt auch. Und ich dachte halt, weil Kledett erst stehen geblieben ist, dass sie vielleicht nie Zeit hat. Und nicht wegfangen möchte. So, ich kann euch alle niederschlagen. Sie hat anscheinend einen Sprintboost. So, ich weiß, dass Kate gerade aufgeheilt wird. Ich lasse ich hier liegen. Ich mache hier einfach jetzt nur noch Druck. Ich weiß, dass die eine Kledett einen Schlüssel hat. Daher muss ich jetzt sehr stark aufpassen, was ich hier mache. Oh, da haben wir dich. Wo ist Kledett hin? Ich bin total verwirrt. Was? Dort hinten lang? Okay. Kledett ist über drei Welten gelaufen. Läuft zu anderen Meg. Ich hätte sie erst halt wirklich gar nicht gesehen, wie sie geheilt hat, ne? So, hallo, Kledett. Yep. Was ist das? Oh, hart am Nehmen. Okay. Das hatte die aber vorher auch noch nicht gezündet, oder? Dieses hart am Nehmen. Habe ich dich? So, wir haben gut Druck gemacht. Meg wurde aufgehoben hinter mir direkt anscheinend. Okay, nicht schlecht. So, zack. Du hängst. Tot. Jetzt muss ich noch kurz warten, bis Kledett tot ist, bevor ich meinen Schock mache. Weil Geflüster ist noch an, solange Kledett hier stirbt. Und Kledett hat einen Schlüssel. Ich muss noch kurz gucken, ob der Schlüssel noch da ist. Ich sehe keinen Schlüssel. Geflüster ist auch aus. Okay, Geflüster ist hier oben an. Ich aktiviere meinen Schock. Der sagt mir direkt, dort hinten sind zwei Leute. Meg ist verletzt. Daher gehe ich auf Meg. So, Hallöchen. Hattest du hart am Nehmen? Nein, hattest du nicht. Ich weiß nicht, wo Kate ist. Ich denke aber nicht nah genug. Ich weiß auch nicht, ob Meg tot ist, wenn sie jetzt hängt, oder nicht. Ich glaube, Meg ist noch nicht tot, wenn sie hängt, oder? Zack. Dann hängst du ein zweites Mal. Okay, meine Befürchtung ist jetzt so ein bisschen... Das ist so böse, dass man jetzt auf der Palette mit einem langen Schlag landen kann. Hier unten ist Geflüster an. Die Meg hat sich sterben lassen. Hier liegt ein Medikit, heißt, die Kledett hatte tatsächlich Entschlüsse. Und Kate hat den schon aufgesammelt. Geflüster ist an. Geflüster ist an. Ich aktiviere mein statisches Feld. Das war total in Sand gesetzt. Hier oben muss irgendwo die Kate sein. Oder ist sie hier unten? Ich habe Noet. Okay, Geflüster war gerade eben noch an. Also ich weiß, dass Kate den Schlüssel hat. Denn sie hat ihr Medikit dort liegen lassen. Ich muss trotzdem kurz die Tore abchecken. So, hier unten... Kein Geflüster an. Wahrscheinlich bei der Falltür. Nein. Okay, sobald Geflüster angeht, mache ich meinen Superschock. Okay, ich stehe gerade ein bisschen unter Strom, gerade wegen dem Schlüssel. Geflüster ist an. Mein Superschock ist aber nicht bereit. Rennspuren. Weg vom Tor. Oh, mein Doktor hat sie verraten. Und Noet. Zack. Noet ist wirklich nur so fürs Ende gewesen. Aber zum Glück hatte ich es dabei. Gut, ich weiß nicht, ob sie überhaupt zur Feige gefunden hätte. Ob sie da rechtzeitig da gewesen wären. Aber sicher ist sicher, ne? So, und damit haben wir auch die letzte uns geholt. Alle Überlebende sind tot. Schöne Sache. Ich glaube, Geflüster war ziemlich cool. Dadurch konnte ich immer genau wissen, wann muss ich meine Schocktherapie nutzen. Was halt ziemlich cool ist, um Leute direkt aufzuspüren. Ansonsten, Überladen war, denke ich, nicht schlecht, diese Runde. Ansonsten auch schlampiger Schlachter, um Leute aufzuhalten. Good to know it kam es jetzt, sind wir ehrlich, nicht wirklich. Trotzdem hat es, denke ich, seinen Zweck erfüllt. So, wir hatten zwölf Haken geschafft. Zumindest laut Archiv, aber keine Ahnung. Okay, Double Pip, wunderbar. So, und das waren meine Überlebenden. Tatsache, hier ein Schlüssel, der sogar geblieben wäre, ne? Ne, verliere im Fall deines Todes nicht den Schlüssel, sondern lieber diesen Zusatz. Fester Schlüssel war, denke ich, weg. Sogar mit Schutzabwehr. Na gut. Zum Glück haben wir das alles aufhalten können. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.